Wer seid ihr? Was von mir wollt ihr? Mein Lichtschwert, du glitschiger Dieb! Gib's mir wieder! Sofort! Hey, ist nix mehr da, das schwöre. Ich habe es weggegeben, ja. Mich fast hätte abgewuchs mit das Ding. Was hast du damit gemacht? Nein, nein, mich nix mehr erinnern. Du kleiner... Oka! Nicht gerade klug, einen Jedi zu bestehlen. Ihr seht ein bisschen sehr jung aus für so einen Jedi. Aua! Na gut, na gut, na gut.